Der Himmel erscheint immer so tief, wenn man im Mondschein auf dem Rücken liegt. Ich wusste es vorher noch nicht. Und wie weit kann man in so einer Nacht auf dem Wasser hören, Ich hörte Leute an der fernen Landungsstelle sprechen. Obendrein hörte ich, was sie sprachen. Jedes Wort. Einer sagte, es ginge auf die Zeit der langen Tage und kurzen Nächte. Der andere meinte, das wäre nicht gerade eine von den kurzen, schätze er. Und dann lachten sie. Und er sagte es nochmal und sie lachten wieder. Dann weckten sie einen anderen auf und sagten es ihm und lachten, aber er lachte nicht. Er stieß ein paar Grundstöne aus und sagte, sie sollten ihn in Ruhe lassen. Der eine Bursche antwortete, er erlaubte ihm, es seinem alten Weib zu erzählen. Sie würde es gewiss für sehr nett erklären. Einen hörte ich sagen, es wäre bald drei Uhr und er hoffte, das Tageslicht würde nicht mehr länger ausbleiben als eine Woche. Nach und nach klangen die Stimmen immer entfernter und ich konnte keine Worte mehr verstehen. Aber ich konnte das Murmeln noch hören und hin und wieder ein Gelächter. Aber es klang doch schon sehr fern. Ich war jetzt an der Fähre vorbei, stand auf und da war Jacksons Insel. Zweieinhalb Meilen unterhalb, schwerfällig, sich aus dem Fluss erhebend, schwarz und dunkel und fest wie ein Dampfboot, nur ohne Lichter. Vom Ufer war an der Spitze nichts zu sehen. Es war jetzt ganz unter Wasser. Ich versuchte gar nicht, dorthin zu gelangen. Ich schoss mit rasender Geschwindigkeit dran vorbei, kam dann ins tote Wasser und landete seitwärts, der Illinois-Küste gegenüber. Ich rannte das Boot in eine kleine Bucht, die ich hier kannte. Ich musste, um hinzukommen, die Zweige der Weiden auseinanderbiegen. Wie ich drin war, konnte niemand von außen was von dem Boot sehen. Ich stieg aus und setzte mich auf einen Balken an der Spitze der Insel und schaute hinaus auf den schwarzen Fluss und das schwarze Treibholz und hinüber zum Dorf, das drei Meilen entfernt war, von wo drei oder vier Lichter herüberflimmerten. Eine ungeheure schwarze Masse war eine Meile entfernt auf dem Fluss zu sehen und kam langsam herunter mit einer Laterne drauf. Ich wartete, wie sie so angeschlichen kam und wie sie in meiner nächsten Nähe war, hörte ich eine Stimme sagen »Hinterschiff! Ruder! Steuerbord abstoßen!« Ich hörte es so deutlich, als wenn der Mann neben mir gestanden hätte. Es wurde jetzt allmählich ein bisschen dämmerig. So schlug ich mich in den Wald und legte mich zu einem kleinen Nickerchen vor dem Frühstück nieder. Als ich aufwachte, stand die Sonne so hoch, dass ich schätzte, es müsste schon nach elf Uhr sein. Ich lag da im Gras und im kühlen Schatten, über alles Mögliche nachdenkend und mich äußerst bequem und zufriedenfühlend. Durch ein paar Lücken konnte ich die Sonne sehen, aber meistens bildeten die Bäume ein dichtes Dach mit einem hellen Flimmern dazwischen. Auf dem Boden gab es hier und da helle Flecken, wo das Licht die Blätter durchbrach, und diese hellen Flecken zitterten ein bisschen, wenn ein Luftzug über sie wegging. Eine Menge Eichhörnchen saßen auf einem Zweig und plapperten freundlich mit mir. Ich war wundervoll faul und vergnügt, hatte gar keine Lust aufzustehen und Frühstück zu machen. Na, ich war wieder eingeschlafen, als es mir vorkam, als hörte ich ein lautes Bumm auf dem Fluss. Ich ruchte auf und stützte mich auf die Ellbogen. Bald hörte ich es wieder. Ich sprang auf und schaute durch ein Loch im Laub und sah eine dicke Rauchwolke auf dem Fluss liegen, gerade drüben bei der Fähre. Da war das Fährboot voll von Leuten, die im Fluss herumstocherten. Jetzt wusste ich, was es war. Bumm. Ich sah den weißen Rauch aus der Stelle des Fährbootes herauskommen. Sie feuerten Kanonen über dem Wasser ab, um meinen Leichnam herauf zu befördern. Ich war mächtig hungrig, wagte aber nicht Feuer zu machen, weil man den Rauch hätte sehen können. So saß ich da, beobachtete den Kanonenrauch und hörte auf das Bumm. Der Fluss war hier eine Meile breit. Und es ist da immer hübsch an einem Sommermorgen. So hätte es mir gut genug gefallen, sie nach meinen Überresten angeln zu sehen, wenn ich nur was zu essen gehabt hätte. Dann fiel mir ein, wie sie immer Quecksilber in einen Laib Brot tun und den schwimmen lassen, weil er stets dahin treibt, wo der Ertrunkene liegt, und dort bleibt. So dachte ich mir, ich wollte aufpassen, und wenn eins zu mir herübergeschwommen käme, wollte ich es mir holen. Ich ging an das Illinois-Ende der Insel, um zu sehen, ob ich dort einen guten Ausguck finden würde, und hatte mich auch nicht getäuscht. Ein dicker Laib Schwarzbrot kam daher. Ich hätte ihn beinahe erwischt mit einem langen Stock, aber meine Füße rutschten aus und er schwamm weiter. Natürlich befand ich mich an der Stelle, wo das Fahrwasser dem Ufer am nächsten kommt. Ich wusste das ganz genau. Bald kam noch eins runter, und diesmal erwischte ich es. Ich nahm den Stöpsel raus, warf das Quecksilber fort und setzte stattdessen meine Zähne hinein. Ich fand einen guten Luk aus und setzte mich dort auf einen Baumstumpf, das Brot kauend und das Fährbrot beobachtend, und dabei sehr zufrieden. Dann machte mich etwas stutzig. Es fiel mir ein, die Witwe oder der Pfarrer oder sonst wer könnte dem Brot befohlen haben, mich zu suchen, und deshalb war es hergekommen und hatte mich gefunden. So ist es zweifellos, aber es war noch was Besonderes dabei. Es ist was Besonderes, wenn ein Mensch wie die Witwe oder der Pfarrer für mich betet, und es geht nicht in Erfüllung. Und es geht doch grad auf die rechte Weise in Erfüllung. Ich steckte mir eine Pfeife an, schmauchte eine lange Zeit und schaute zu. Das Fährbrot trieb mit dem Strome, und ich hoffte, Gelegenheit zu bekommen, zu sehen, wer drauf wäre, wenn es vorbeikäme, denn es musste dicht vorbeikommen, wie es das Brot getan hatte. Als sie hübsch nahe gekommen waren, klopfte ich die Pfeife aus, und an die Stelle, wo ich das Brot herausgefischt hatte, legte ich mich hinter einen Stein. Allmählich kamen sie heran, und so dicht vorbei, dass sie ein Brett hätten herüberschieben und drüber weg ans Land gehen können. Fast alle waren an Bord. Papp und Richter Thatcher und Becky Thatcher und Joe Harper und Tom Sawyer und seine alte Tante Polly, Sid und Mary und noch eine Menge andere. Jeder sprach über den Mord, aber der Kapitän unterbrach sie und sagte, scharf aufgepasst jetzt, die schaute, und drüber weg ans Land gehen können. Fast alle waren an Bord. Papp und Richter Thatcher und Becky Thatcher und Joe Harper und Tom Sawyer und seine alte Tante Polly, Sid und Mary und noch eine Menge andere. Jeder sprach über den Mord, und bei der Kapitän unterbrach sie und sagte, scharf aufgepasst jetzt, die Strömung ist hier am schmalsten, und es kann leicht sein, sie hat ihn ans Ufer getrieben, und er hängt wo zwischen dem Gestrüpp am Ufer. Hoffe, es wird so sein. Ich hoffte es nicht. Alle sprangen auf und lehnten sich über das Geländer, mir fast ins Gesicht, und waren mäuschenstill, mit allen Sinnen aufpassend. Ich konnte sie ganz genau sehen, aber sie mich nicht. Dann stieß der Kapitän ein lautes HALT! auf, und die Kanone gab wieder einen Schuss von sich, grad vor mir, dass ich von dem Lärm fast taub und von dem Rauch blind geworden wäre, und dachte, ich wäre tot. Wenn sie noch mehr solche Schüsse abgeben würden, dachte ich, würden sie die Leiche wohl finden, nach der sie suchten. Glücklicherweise dachten sie nicht mehr dran. Das Boot schwamm weiter und war bald außer Seeweite. Ich konnte zuweilen das BUM! BUM! hören, ferner und immer ferner, und schließlich, nach einer Stunde, hörte ich gar nichts mehr. Die Insel war drei Meilen lang. Ich dachte, sie wären ans Ende gelangt und hätten es jetzt aufgegeben, aber sie hielten es noch eine Weile aus. Sie fuhren um das Ende der Insel herum und steuerten auf der Missouri-Seite unter Dampfstrom aufwärts, fortwährend schießend. Ich lief auf die Seite hinüber und erwartete sie. Als sie am Kopf der Insel angekommen waren, fuhren sie ans Missouri-Ufer hinüber und nach Hause zurück. Ich wusste, dass ich jetzt sicher war. Niemand würde wieder hinter mir herjagen. Ich holte meine Angeln aus dem Boot und machte mir im dichtesten Gestrüpp ein neues Lager zurecht. Mit meinen Decken machte ich mir eine Art Zelt zurecht, um meine Sachen drunter zu legen, damit der Regen nicht dran könnte. Ich fing einen Fisch, schnitt ihn mit meiner Säge auf und gegen Sonnenuntergang machte ich Feuer und bereitete mir mein Abendessen. Dann legte ich eine Angel aus, um zum Frühstück einen Fisch zu haben. Als es dunkel war, saß ich rauchend am Lagerfeuer und fühlte mich mächtig behaglich. Aber allmählich wurde es doch einsam. Und so bummelte ich herum, setzte mich ans Ufer und horchte auf das Plätschern des Wassers und zählte die Flöße und das Treibholz, das da vorbeikam. Und dann ging ich zu Bett. Es gibt nichts Besseres, wenn man sich recht einsam fühlt. Man kommt am schnellsten drüber weg. Und so ging es drei Tage und Nächte. Keine Abwechslung. Immer dasselbe. Aber am darauf folgenden Tage machte ich eine Entdeckungsreise durch die Insel. Ich war Herr auf ihr. Alles gehörte mir, sozusagen, und ich wollte sie ganz kennenlernen. Aber vor allem wollte ich die Zeit totschlagen. Ich fand eine Menge Erdbeeren, reif und zart, und die grünen Sommerbeeren fingen gerade an, sich zu zeigen. Es würde nach und nach alles für mich da sein, dachte ich. Na, ich schlenderte also so durch die tiefen Wälder, bis ich meinte, ich könnte nicht mehr weit vom Ende der Insel entfernt sein. Ich hatte meine Büchse mit, hatte aber noch nichts geschossen, vorsichtshalber. Dennoch wollte ich noch was schießen, ehe ich heimginge. Plötzlich stieß ich auf eine mächtige Schlange. Sie schlüpfte davon durch Gras und Blumen und ich hinterher, um zu versuchen, ihr eins aufzubrennen. Ich rannte immer weiter und plötzlich stieß ich auf die Asche eines Lagerfeuers, die noch rauchte. Mein Herz drohte still zu stehen. Ich wagte gar nicht, mich umzusehen, machte aber meine Büchse schussgerecht und schlich auf den Zehen zurück, so schnell ich konnte. Ich blieb immer mal für eine Sekunde zwischen dem dichtesten Gebüsch stehen und lauschte, aber mein Atem ging so schwer, dass ich nichts weiter hören konnte. Dann ging ich wieder ein Stück und dann horchte ich wieder und so wieder und immer wieder. Wenn ich einen Baumstamm sah, hielt ich ihn für einen Mann. Trat ich auf einen Zweig und erbrach, hatte ich ein Gefühl, als hätte einer meine Brust in zwei geschnitten und ich wäre nur noch eine Hälfte und die kleinere Hälfte dazu. Als ich zum Lager kam, fühlte ich schrecklichen Durst. Meine Kehle war wie ausgetrocknet, aber es war jetzt keine Zeit, Wasser zu holen. Ich schleppte alle meine Sachen wieder ins Boot, um sie außer sich zu bringen, machte das Feuer aus und zerstreute die Asche, damit es aussehe wie eine Feuerstelle vom vorigen Jahr. Dann kletterte ich auf einen Baum. Ich saß, denke ich, zwei Stunden auf dem Baum, aber ich sah nichts, ich hörte nichts. Ich glaubte nur, tausend Dinge zu hören und zu sehen, aber ich konnte doch nicht immer sitzen bleiben. So koch ich schließlich runter, hielt mich aber beständig im dichtesten Gestrüpp und auf dem Ausguck. Alles, was ich zu essen finden konnte, waren Beeren und die Reste vom Frühstück. Als es Nacht wurde, hatte ich schrecklichen Hunger. Sobald es recht dunkel war, machte ich mich auf den Weg, ehe der Mond aufgehen würde, nach der Illinois-Küste, ungefähr eine Viertelmeile. Ich ging in den Wald und kochte eine Suppe und hatte mir gerade vorgenommen, für die Nacht da zu bleiben, als ich ein Plunketeplum, Plunketeplum hörte und zu mir selbst sagte, Pferde kämen. Dann hörte ich auch menschliche Stimmen. Ich packte alles so schnell wie möglich ins Boot und kroch durchs Gebüsch, um zu sehen, was da los wäre. Ich war noch nicht weit gekommen, als ich jemanden sagen hörte, wir lagern wohl besser hier, wenn wir einen guten Platz finden können. Die Pferde sind ganz fertig. Lass uns Umschau halten. Ich wartete nicht länger, sondern riss schleunigst aus. Ich rannte zu meinem alten Platz und dachte, ich würde im Boot übernachten. Ich schlief nicht viel. Ich konnte nicht. Alle Augenblicke wachte ich auf, weil ich dachte, jemand hätte mich beim Kragen. So tat mir der Schlaf nicht gut. Schließlich sagte ich mir, auf diese Weise kann ich nicht weiterleben. Ich muss rauskriegen, wer da mit mir auf der Insel ist. Ich will's rauskriegen oder krepieren. Darauf wurde ich gleich ruhiger. Ich nahm das Ruder und ruderte mit ein paar Schlägen vom Ufer ab und ließ dann das Boot langsam Strom abwärts treiben. Der Mond schien und außerhalb des Schattens war es so hell wie bei Tage. Ich ließ mich eine Stunde lang treiben. Alles war so still wie Stein. Nichts war zu hören. Inzwischen war ich fast bis ans Ende der Insel gekommen. Eine leichte, kühle Brise begann zu wehen und das hieß so viel, dass die Nacht vorbei war. Ich gab dem Boot eine schwache Wendung nach dem Ufer hin, dann nahm ich die Büchse und schlich am Rande des Waldes entlang. Ich setzte mich auf einen Baumstumpf und spionierte durch die Zweige. Ich sah den Mond abziehen und die Dunkelheit der Ufer verhüllen. Aber nach einer kleinen Weile sah ich einen Schimmer über die Baumwipfel hinausragen und wusste, dass der Tag gekommen sei. So nahm ich die Büchse und schlich zu der Gegend, wo ich auf die Feuerstelle gestoßen war, alle paar Minuten stehenbleibend, um zu lauschen. Aber ich hatte kein Glück. Ich konnte die Stelle nicht finden. Plötzlich aber sah ich ganz deutlich einen Feuerschein zwischen den Stämmen durchscheinen. Ich ging vorsichtig und langsam darauf zu. Bald war ich nahe genug, um genau erkennen zu können, dass da ein Mann auf der Erde lag. Es gab mir einen Stich durch und durch. Er hatte ein Tuch um den Kopf und der Kopf war ganz dicht am Feuer. Ich befand mich hinter einem dichten Gestrüpp, höchstens sechs Fuß von ihm entfernt und hielt die Augen starr auf ihn gerichtet. Es war jetzt schon ganz hell. Bald fuhr er auf, streckte sich, wickelte sich aus dem Tuch und es war Miss Watsons Jim. Ich war froh, ihn zu sehen. Hallo, Jim! rief ich und sprang hervor. Er fuhr herum, starrte mich wild an. Dann fiel er auf die Knie, legte die Hände zusammen und stammelte, mich nicht töten, du es nicht tun, ich nie in dem Geist was getan haben. Ich nach ihm suchen, wie andere Leute und alles tun, was ich können. Du wieder gehen in den Fluss und nicht töten den alten Jim, der immer gewesen, dein Freund. Na, ich brauchte ihm nicht lange begreiflich zu machen, dass ich nicht tot war. Und ich war so froh, Jim zu sehen. Jetzt war ich nicht mehr allein, sagte ihm, ich fürchtete nicht, dass er den Leuten sagen würde, wo ich sei. Ich schwatzte noch weiter, während er nur da saß und mich anglotzte, ohne was zu sagen. Dann sagte ich, es ist schon gut Tag, lass uns frühstücken, schür dein Feuer an. Wozu Feuer anschüren, um zu kochen, Erdbeeren und so ein Zeug? Aber du haben ne Büchse, nicht? Dann wir können haben Besseres als Erdbeeren. Erdbeeren und so ein Zeug, sagte ich. Ist das alles, wovon du lebst? Ich nichts anderes finden. Na, wie lange bist du denn schon auf der Insel, Jim? Ich sei hergekommen, die Nacht, nachdem du ermordet. Was? So lange schon? Ja, sicher. Und hast nichts als so ein Zeug zu essen gehabt? Nein, nein, nicht sonst. Na, dann musst du ja ziemlich verhungert sein, was? Denk wohl, dass ich nen Strumpf essen könnte. Denke, ich könnte. Wie lange du schon auf der Insel sein? Seit der Nacht, wo ich ermordet wurde. Nein, wie du gelebt haben. Aber, du haben ne Büchse. Oh ja, du haben ne Büchse. Das ist gut. Nun du was töten und wir dann machen Feuer. So gingen wir zu meinem Boot und während er ein Feuer auf einem freien Platz zwischen den Bäumen anmachte, holte ich Mehl und Schinken und den Kaffeetopf und Brot und Zucker und den Zinnlöffel. Und der Schwarze saß ganz nachdenklich, weil er glaubte, es geschehe alles durch Zauberkraft. Obendrein fing ich einen tüchtigen Fisch und Jim schnitt ihn mit seinem Messer auf und priet ihn. Als das Frühstück fertig war, warfen wir uns ins Gras und aßen alles dampfend heiß. Jim stopfte sich mit wahrer Wollust voll, denn er war am meisten ausgehungert. Dann, als wir ordentlich voll waren, lagen wir und plauderten. Plötzlich sagte Jim, aber du mir sagen, wer worden getötet in der Hütte, wenn nicht Hack? Darauf erzählte ich ihm die ganze Sache und er sagte, es wäre famos. Er meinte, Tom hätte nicht auf einen besseren Gedanken kommen können. Dann fragte ich ihn, warum bist du hergekommen, Jim? Und wie hast du es gemacht? Er schaute ein bisschen unsicher und sagte für eine Minute gar nichts. Dann sagte er, ich lieber nicht erzählen das. Warum, Jim? Na, es haben seinen Grund, aber du niemand sagen, wenn ich dir erzähle, Hack. Den Teufel werde ich, Jim. Na, ich dir glauben, Hack. Ich, ich, ich durchgebrannt sein. Jim! Aber dachte du nicht wollen sagen? Du wissen, du sagen? Du nicht wollen klatschen, Hack. Gewiss, Jim, ich sagte so. Ich sagte, ich würde es nicht und ich würde dran ersticken, wenn ich es täte. Die Leute werden mich einen gemeinen, schäbigen Ablitionist schimpfen und mich verachten, wenn ich es nicht sage. Aber das tut nichts. Ich werde es nicht sagen und ich werde überhaupt nicht wieder hingehen. So ist es. Und nun lass mich alles drüber hören. Na, die alte Misses, das heißt Miss Watson, sie fortwährend auf mir herumstoßen und behandeln mich wie räudigen Hund, aber sie immer sagen, sie mich nicht wollen verkaufen, runter nach New Orleans. Aber ich merken, einen Sklavenhändler sich hier herumtreiben unlängst und so ich mich fühle nicht mehr sicher. Na, eine Nacht ich mich nach der Tür schleichen, die nicht fest geschlossen grad und da ich höre, die alte Miss zu dem Händler, sagen sie mich verkaufen nach Orleans, aber sie nicht tun, außer sie wird kriegen 1100 Dollar für mich. Und den Händler, ich hörte, versuchen, ihr zu bestimmen, es zu tun, aber ich nicht warten zu hören, das Übrige, mich ganz schnell machen, fortzukommen, die ihr sagen, mich davonrennen, runter den Hügel, zu stehlen ein Boot an der Küste. Aber Leute, es würden bald merken, so ich mich halt einstweilen verstecken, in einem verfallenen Schuppen am Ufer zu warten, bis es möglich sein, fortzukommen. Na, mich da warten, die ganze Nacht? Ein Paar fortwährend da vorbeilaufen. Lang nach 6 Uhr morgens Schiffe zu gehen anfangen und fast alle, die längs gehen, sprechen, wie dein Papp, komm rüber, zu sagen, du tot. Die letzten Schiffe, voll Ladies und Gentlemen im Begriff zu gehen rüber, zu besehen den Ort. Mehrmals sie wieder anhalten am Ufer, für aufnehmen noch Leute, so ich hören, sprechen allerlei über den Mord. Ich natürlich mächtig, traurig, Hack, aber jetzt ich nicht mehr sein traurig. Ich nun unter dem Schuppen liegen den ganzen Tag. Ich natürlich mächtig hungrig sein, aber haben keine Furcht, denn ich wissen, alte Miss und Witwe werden gegangen nach Frühstück zur Kirche wie alle Tage und sie wissen, ich gehen fort frühmorgens mit Vieh, so sie nicht können wissen, ich durchgebrannt sein und mich nicht vermissen vor Dunkelheit am Abend. Wie, es werden dunkel? Ich ausreißen ans Ufer und gehen mehr als zwei Meilen, wo keine Häuser seien. Danach ich mich hinsetzen und denken, was tun. Du einsehen, wenn ich versuchen zu fliehen mit Füßen, die Hunde bald mich aufspüren. Wenn ich nehme, ein Boot zu fahren über, sie würden suchen das Boot und würden wissen, ich gefahren sein nach anderem Ufer und sie würden versuchen zu fangen mich. So ich mir sagen, ich nicht fliehen können. Da ich plötzlich sehe, in ein Licht kommen geschwommen, ich rasch laufen und schwimme halb über den Fluss und komme zwischen Treibholz und vorsichtig mein Kopf hochhalten und wieder schwimmen gegen Strom, bis Floß kommen heran. Dann ich schwimme drauf los und klettern drauf. Dann ich mich hinlegen auf Planken. Die Leute in der Mitte drauf sich alle wundern, das Licht auf einmal flackern. Der Fluss hier haben reißenden Lauf. Ich bis morgen seien 25 Meilen fort und dann ich einschlafen bis kurz vor Tag und dann ich wollen schwimmen ans Ufer und verstecken mich in Wald von Illinois Seite. Aber ich nicht haben Glück. Wenn wir dicht bis an Spitze von Insel ein Mann kommen zu mir mit Laterne, ich seh'n, keine Zeit zu warten, so ich über Bord und fort nach Insel. Na, ich denke, ich würd können überall landen, aber ich nicht können. Ufer zu steil. Müssen noch mehr nach Ende von Insel bevor können landen. Dann ich geh'n in den Wald. Meine Pfeife und Schwefelhölzer ich bei mir haben in meinen Hut und sie nicht feucht und so alles gut. Und dann hast du all die Tage kein Brot und nicht zu essen gehabt all die Zeit? Warum hast du nicht versucht, Fische und Ahne zu fangen? Wie ich soll machen? Ich nicht können gehen an Uferbeitage. Naja, es ist recht. Musstest dich wohl die ganze Zeit im Wald drinnen aufhalten. Hättest du nicht die Kanonen schießen? Oh, gewiss. Ich gleich wissen, sie dich suchen. Ich auch hingehen und mich verstecken unter Bäume. Ein paar Vögel kamen daher, ein oder zwei Meter weit fliegend und sich dann niederlassend. Jinn sagt, es wäre ein Zeichen, dass es regnen würde. Es wäre ein Zeichen, wenn junge Hühner auf solche Weise flögen und so dachte er, es wäre dasselbe, wenn junge Vögel so täten. Ich war im Begriff, einige von ihnen zu fangen, aber Jim wollte mich nicht lassen. Er sagte, es bedeutete einen Toten. Er sagte, sein Vater hätte mal schwer krank gelegen und ein paar von ihnen jagten Vögel und da sagte sein alter Zauberer, sein Vater würde sterben. Und er starb. Dann sagte Jim noch, man dürfte nicht die Dinge, die man zum Mittag kochen wollte, zählen, denn das würde Unglück bringen. Gerade so, wenn man das Tischtuch nach Sonnenuntergang ausschütteln würde. Und er sagte auch, wenn jemand einen Bienenstock hätte und der Mann stürbe, dann müsste man die Bienen vor nächstem Sonnenaufgang zählen, oder aber die Bienen würden alle krank werden und nicht mehr sammeln und sterben. Jim sagte, die Bienen würden keine Blödsinnigen stechen. Aber das glaube ich nicht, denn ich hatte das selbst mehrmals versucht und sie hatten mich nicht gestochen. Manches von diesen Dingen hatte ich schon gehört, aber nicht alles. Jim kannte allerhand Anzeichen. Er sagte, er wüsste fast alles. Ich sagte, es schiene mir, dass all die Anzeichen böse Anzeichen wären und dann fragte ich ihn, ob es nicht auch gute Anzeichen gäbe. Er sagte, ziemlich wenige und die nicht seien zu brauchen für einen kleinen Jungen. Warum, du wollen wissen, gute Anzeichen? Wenn du kriegen Haare auf Arm und Brust, es ist ein Zeichen, du werden reich. Es sei kein Sinn für dich in so einem Zeichen, weil es sei noch so weit fort. Hast du Haare auf deinen Armen und auf der Brust, Jim? Warum, du stellen die Frage, du nicht sehen, dass ich haben? Na, bist du denn reich? Nein, ich aber seien gewesen reich und wollen werden wieder reich. Ich nur brauchen 15 Dollar zu machen Geschäft damit. Was würdest du denn tun, Jim? Na, ich würde ein Handeln Vieh. Was für eine Art Vieh? Na, lebendes Vieh. Kühe, du müssen wissen. Ich stecke ein 10 Dollar in eine Kuh, aber ich nicht würde gewinnen mit riskieren mein Geld an Vieh. Die Kuh würde sterben in meiner Hand. Dann hättest du die 10 Dollar verloren. Nein, ich nicht würde, verlieren sie ganz. Ich nur würde, verlieren neun. Ich würde verkaufen Haut und Talg für 1 Dollar und 10 Cent. Dann hättest du 5 Dollar und 10 Cent verloren. Hast du schon mal spekuliert? Ja, du kennst den einarmigen Schwarzen, der gehören dem alten Mr. Braddish? Na, der eine Bank halten und sagen, jeder der da hineintunenden Dollar nach einem Jahr würden kriegen einen Dollar mehr. Alle Schwarzen natürlich hingehen, aber nichts mehr kriegen. Ich nicht ein Wissen, der haben mehr. So, ich verlangen meinen Dollar mehr und sagen, wenn ich nicht kriegen, ich selbst mach ne Bank. Na, nun der Schwarze mich wollen abbringen vom Geschäft, weil er sagen, da seien nicht Geschäft genug für zwei Banken. So, er sagen, ich könnte tun in seine Bank 30 Dollar und dann würden kriegen 35 am Ende vom Jahr. So, ich also tun. Dann noch sein ein Schwarzer Bob, der haben gestohlen ein Holzboot und sein Herr das nicht wissen, dass ich ihm gleich abkaufen und sagen ihm, zu nehmen die 35 Dollar, wenn das Jahr aus sein. Aber jemand das Boot stehlen die Nacht und nächsten Tag der Schwarze sagen, die Bank sein Futsch, so keiner von uns kriegen Geld. Was würdest du denn mit den 10 Cent tun, Jim? Na, sie wollen sparen, aber ich hab einen Traum und der Traum mir sagen, sie geben einem schwarzen Mann mit dem Namen Balum und an. man schwarzen Mann schwarzen Mann und in der und die T